Oh, das ist noch mehr offensichtlich. Was sind hier diese Bilanen? Ja, der wirft noch die Nades, der zückt oder so, der Straßkugel. Sehr schön. Es hat mir was Gelbes gegeben, ich weiß aber noch nicht was. Aber das freut mich auch, weil es jetzt mal ein 30er Zeug sein kann. Da finde ich es am besten hier oben. Normalerweise ist das hier immer. Also laut Dennis nicht, aber ich habe zu ihm gesagt, Dennis, du verwechselst die bestimmt mit dem Rocks aus der Kiste. Warte, ich habe einen Leistungsmod bekommen, ich gucke mal kurz. Rucksack. Rucksack oder was? Was will ich mit dem Rucksack auf 24? 32, Kollege, Alter. Ja, sag ich doch. Das, was die droppen lassen, ist 32. Zwar ein Kackteil mit 3% Fertigkeit, 1 und 14 Haftkanat, also ohne Stat aufbauen, aber trotzdem ist es ein 32er. Warte, was wollte ich? Warte, 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 warte! Warte, 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 warte. Warte, warte, warte! na ich mach die ganze tinder auf der rolltreppe würde wissen kopf nicht zeigen schau ihn dir an der typ hat nicht mal in meine richtung geschossen er hat zu viel geschossen auch dauernd das ist so brutal hier oben alter ich mag das noch nicht wegen diesen flammen vertypen da sind wir die schotty typen noch fast lieber ja also die sind die sind wirklich wirklich böse wirklich 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 immer dieses geld verlieren und so das macht schon auch mal ja voll schenken können ja man das ist schon das ist im endeffekt nur nachteil für die nicht so guten spieler oder für die wo nicht so oft spielen die ganzen freaks sind doch eh schon aufs maximale 2 millionen oder so wenn du manche youtube videos anschaust glaubt mir nicht meine sachen bitte ja man hat er echt nicht ich habe mein eigenes zeug wieder das ist okay aber wie heftig irgendwo immer noch welche in dem scheiß bereich aber es war eh nicht so was ist man versiegelt behälter und die rula was haben wir hier noch er hat mir glaube ich ein schlüssel geklaut und ich habe ihm schlüssel geklaut das ist okay altert hier oben ist immer noch welche mein mein puls ist noch nicht einmal jetzt noch beide gleichzeitig eingesetzt in langweils glaube ich auch gerade weil ich jetzt keine dort ist doch nichts noch bei dem bus eingesetzt das bestimmte einig gelbe cleaner der sich gerade ich war nicht so gut ich bin noch ein kleiner dann habe ich wieder nur die sogar die zwei gelben da vorne sind noch wichtiger die die neue sport ja jetzt packt meine heile, die ist halt einfach nur angezeigt, wo du nicht heilst und pass auf, hier ist ein Schlammwerfertyp rechts neben dir oh shit ich will hier weg, ich will hier weg was war das gerade für ein Geräusch? achso, ich habe die 50 Cleaner ausgeschaltet, ok na wo läufst du denn rum? ich bin voll falsch, Alter ich bin voll falsch und hab Angst aber ich habe mich hier irgendwo in Sicherheit gebracht also nämlich sogar die Lieder geplättet haben, wenn du hintenrum rausläufst könntest du mich sogar noch heilen nein ja mann sehr sehr gut dankeschön jetzt haben wir das war gleich noch leer geräumt sagen wir mal auf seine karte guckst du merken jetzt alles freundlich wenn die anbauen ja mann aber ich habe sie beträgt die vision text am start gibt es ja eigentlich auch mehr geld hier oben weil sie nicht ich nehme die behältnisse die kohle die behältnisse nämlich auch nicht so als ich will noch mal so ein grünes teil haben halt dann 240er schutzweste ihr habt mir sogar sie für nomaden habe ich zwischen zweimal verlegt war der nomade mann ich glaube ich muss ich auch kaputt machen der bringt mir wirklich zumindest also nicht mal an der offen also wenn es so nicht alle nomaden dinge auf die färbeln achtung sie haben was oder nicht mal schauen wie viel gibt der oha 33.000 gibt es teil auf 240 aber weiß es ist halt echt bitter weil es 240 ist dann hätte ich 163 das hat kein wert ich brauche den nomaden nicht das ist normale von jetzt schienen sie ab das habe ich mir auch gedacht wegen dem Lumpensammler glaube ich schon so um und wie schnell wie manche Antribute sind zu sinnlos du kriegst den Knieschauer 93 Prozent locker Lumpensammler auch rein manches Mal ja und ja dann 100 Prozent Lumpensammler da als Attribut ist doch Blödsinn bei den anderen hast du so 50 Prozent Crit Schaden oder 20 Prozent Rüstungsdichtbringung und so hohe Werte kriegst du überhaupt nicht hin na das kann sein ne Übertragung gestört Ah das ist schon LVL wie bin so enttäuscht mir selbst Backup aktiviert System neu geroutet mal gescheit spielen alter 52 Minuten so kotzen ist das doch er hat immer noch die Dinger einsammelt hier alter da ist einer tot da hinten da ist einer daumengang ich geh zu einem klatsch gib mir dein grünes Zeug ich will den Empower schnell anhitten ja da sind auch noch andere Agenten habt ihr den Endpost gefunden ja gefunden sehr gut ok weil die kämpfen grad gegen äh normalen seid nur vorsichtig man wir müssen uns ja nicht unbedingt abtrünnig machen naja ich weiß ich muss grad sagen pass auf die hast du leicht geschützt und so wenn die angehütet sind oh oh wie gesagt der Endpost ist angeschossen du musst doch nicht so vorstürmen ok das ist bestimmt eh von denen ihr Freund ja ja die sind deswegen sind sie wahrscheinlich vorgestürmt ok den fetten haben wir angeschossen ja sagst du gerade unten sitzt da ja und vorsicht man die stimmt voll runter weil sie bestimmt Panik bekommen weil wir hier oben stehen ja ich geh mal lieber zurück man der hat das der gambit der hat gehackt von dem anderen weiß halt doch mal wie viele wir sind alter warte mal mehr wie nur zwei Gruppen ja mal was grünes so schaffst du nicht aus nein mal bei mir ist es nur was gelbes aber trotzdem gut schau mal ein ruhig aber halt auf 204 gell immer alter hier ist immer maximal hier oben wie sie alle hinten stürmen und das Ding aufmachen wollen das geht eh nicht der Erzüge von uns war doch auch schon da unten oh ne Sticky hat er hingemacht gegast was der einer hat da ne Sticky hingeschossen an die Wand ja ja ist klar Kollege du mich auch wer war das weiß ich nicht irgendeiner da unten wo du stehst dann die Statue nö ich bin in die falsche Richtung gelaufen man ich bin zu der ganzen Gruppe hin ich hab das gemerkt wo ist denn der Hell Knight alter hat der vorhin nicht die Gruppe verlassen ne ne der Hell Knight ist hier ne ich mein vorn da war doch der gleiche hier ja jetzt wenn so viele sind kann ich mir schon denken was es hier abgeht hier nächstes Wahrzeichen markiert lass uns mal hinsteppen vielleicht kriegt man Endpost noch angehebte zu wieder vor na gut waa alter ich brauche einen Schutzfest ich geh den Weg weil die sind auf den Weg hier entlang gelaufen dann weißt du ja dort gehst du schon mal normalerweise ist hier kein Widerstand weil die ich hab das gar nicht gesehen aber das vereinfacht uns das doch allen normalerweise oh oh ah die sind ja da alle wir brauchen nur den dicken ah ich geh gleich da und das vereinfacht mir gar nichts oh oh schattetyp alter was auch einer von denen ist down ja man mal du warst ja nett zudem ja ich will hoffen dass es lohnt sich doch nett zu uns auf einmal hier voll die Herzensgüter am Start was denn hier los denn das 34er mhm aber da hast du echt mit den MPC mit den MPCs am meisten zu kämpfen wir hatten da geschossen man da hinten ist Captain Stolen ich hab ihn schon angehittet deswegen war ich auch fast down ah nein ok ich hab ihn auch angehittet ok die greifen oh die haben wir fast für den Sniper sprung läuft gestern was ist das neeein oh man soll ich dein Zeug nehmen ja nimm's mal bitte das wäre nett bevor es hier bevor es der Rest nimmt alter die guckte schon alle alter das gibt's ja gar nicht das war ein gelber versiegelter Behälter ein lilaner und noch irgendwas das dritte habe ich jetzt nicht gesehen ne mod aber den Rest ja der Rest ist egal den Rest liegt ja noch da das ist ja nicht öffentliche Objekte wenn du mehr wie drei hattest oh ok äh so ich den immer noch voll alter alter gelb und glieder nach versiegelter Behälter das kann ich dir erst später dann zurückgeben nicht hier draußen ach so meinst du hier äh äh beim 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 Schutzraum oder was da war die Straßensperre oder im Schutzraum ja da wo wir unter uns sind sozusagen ein gelber Behälter und vergiss mal meinen Mod einfach du kannst auch den Mod haben ist mir egal der hat kein Stat ne ich muss gerne wieder haben denn ja der ist schrot ah der Mod wartest dann vielleicht noch also ich hab auf jeden Fall gelb und lilanen Behälter von dir genommen ja man das äh aber das ist jetzt schon mal oberprachermäßig ich bin grad angekommen ja aber ich glaub das hat noch für mich gut gegeben eventuell was gelbes der Typ ist hier in der Mitte da umgegangen ja und dein Zeug liegt noch rechts ja ok cool also erstmal hin ein Holz doch 204 5 Phoenix Credits alter äh was ist denn das habt ihr das liegen lassen alter was geht ich hab deins genommen das sind aber nur 3 Objekte öffentlich alles andere nicht ach so ja der Rest ja der Rest war Einsatzzeug naja das war aber kacke aber egal passt schon ja im Endeffekt hab ich dein gutes Teil mitgenommen ja ja das beste hast du mitgenommen bestimmt so was machen wir jetzt von der Uhrzeit ich denke langsam wir mal Abgabeort oder? es hilft ja nix es ist ja schon so spät verdammte Hacke ich mein bei Inventar ist es sogar voll durch dein Zeug noch juhu es ist nicht so oder so Abgabeort gehen hast du gesehen normalerweise ist es sinnlos hier anzufangen mit anderen zu fighten da musst du NULL die wo nämlich sich dann wo eingepunkert haben die sind dann nicht erreichbar sozusagen weil die anderen kommen nicht mal hin durch die NPCs Vorsicht ich glaub hier sind ein paar Gegner gell oben sind sie oben sind sie immer deswegen ist hier alles so gut ok ich will die Jacke haben die Jacke müsstest du mal sehen die schaut gut aus ich will deinen Helm haben die sind andere auffassend oder den Helm vom Hell Knight ist auch ganz cool meinst du andere Spiele oder was? mhm